Herzlich Willkommen bei Erlebe Gesundheit. Im heutigen Video trainiere ich zusammen mit dir 15 Minuten deinen Oberkörper und zwar intensiv. Du brauchst dafür nichts als eine Getränkekiste und einen Stuhltisch, irgendwas, worauf du dich abstützen kannst. Das ganze Prinzip sieht so aus. Jede Übung wird zwei Sätze gemacht, a zwölf Wiederholungen und dazwischen nur 15 Sekunden Pause. Also es wird richtig durchgepowert. Mach dich bereit, es geht sofort los nach dem Intor. Oder bevor es losgeht, lass mir doch gerne jetzt ein Abo und ein Like auf diesem Kanal da und jetzt geht's los. , der würde damit, Imperial Prints damage. Wir hätten Security magistraten das schon mal, aber einfach dann in der Trendschuter an das so schön這cl 다 funktioniert. Und geht's um Video hier und da gibt es才 Sacerdote. gibt es natürlich niemals unter Z 될etti und li scripturem. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und wie immer, ich freue mich, ich freue mich, wenn du mich unterstützt, wenn du mich unterstützt mit einem Abo und einem Like und ansonsten sehen wir beide uns wieder in meinem nächsten Video bei Erlebe Gesundheit.